Hallo und willkommen zurück beim Thief Simulator. Wir werden jetzt einen Raubüberfall starten. Benötigte Objekte, Automatischheit, Dietrich und Schlossknacken, Stufe 3. Das sind alles Sachen, die haben wir noch gar nicht. Prima. Dann müssen wir jetzt wohl doch noch mal... Ach, bei 100 Silve ist das. Warum kann ich das nicht auch nehmen? Habe ich das schon? Ja. Gut, dann müssen wir jetzt noch ein paar Punkte farben. Ekelhaft. Alles gut, dann halt zurück in Madison Street. Notitzen. Das ist nix. Ich kann kein Safe knacken. Okay, oh, wer ist das wohl? 100 Silve. Das soll mir der Stuhl kaputt machen. Synthesizer im Schrank unten. So bei Fernseher oben gemeldet ist so ein Untergang oben. Da machen wir das jetzt. Gehen wir in die 100 Silve. Das gibt dir noch mal ein bisschen was. Das hier ist die 100 Silve. Kurz umgucke. Hier ist eine Tür. ein Hintertor. Und ein Hintertor. Gibt aber 8 Drohne. Und das ist nicht zu wenig. Äh, Quatsch. Kamera ist mir nicht. Gut. Endlich haben wir mal aus. Sieht nicht gut aus. Für uns. Da hauen wir eine Mini-Kamera hier. Das kann ich sonst vergessen. Jetzt wird er 24 Stunden weiter. Und raus. Kamera. Da. 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 Leicht irritiert. ich wollte doch nur was gucke halleluja sind ganz dicht ich will jetzt eh noch nicht inbrechen dauert eh noch hier acht und pennt der dort anscheinend und dies fahrt also schlucken wir mal bis im silber ist das sind seine mir alarmiert wahrscheinlich raus hier ich hoffe dass sie richtig vor der tür gehen okay eine sind fernste die kann immer aufhebele ist schon immer gut mit der tone aus ob jetzt gehen wo Oh, ich hasse diese Schlüssel, du. So, gut, jetzt müssen wir mal alles klauen, was es da so gibt, hier, oder was, ja, Synthesizer, das machen wir zum Schluss, der pennt doch hin, oh shit, das sind immer so groß die Dinge, leider brieft doch, das ist jetzt ekel alarmiert, wahrscheinlich das Ding kaputt schlagen muss, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Ich komme hier nicht raus. Ich sehe nichts. Aber irgendwann mal an der Rand von der Ricardo, in der Hoffnung, dass uns keiner sieht, voll auf die Map gezwiebelt. Hätte ich nicht machen sollen, aber eh, oh Gott. Ich wollte mal gucken, was dann passiert. Wir sind eh zu blöd für mich zu finden, kann ich da hoch? Oh, der Hund, oh, der Hund, oh, der Hund, oh, der Hund, oh, der Hund. Schnell. Schnell. Was ist das? Oopsy. 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 Aho, renn doch rum wie so aufgescheuchte Hühner, es bringt euch eh nix. Herr Polizist, können Sie bitte wieder fahren? Sie finden mich nicht. Das Gute ist, ich kann immer über die Strohslaufe. Bin schon beim Pfandleier im Fernsehen. Wenn dieser scheiß Polizist endlich mal abhaut. Wo ist denn der eigentlich? Warum kriegt der denn das auch gezeigt? Ich werde nicht genug bezahlt. Ich habe keine Rundeflaschen mehr, shit. Ich will nur den Fernseher holen. Lass mich in Ruhe. Ich will nur den Fernseher klauen. Das ist doch ein Elend. Ganz voll im scheiß Container gesteckt. Jo, dir. Ach, danke. Belangt aber noch nicht. Wünschtens habe ich das gemacht. Da gibt es gerade nix. Endessens. Habe ich schon. Gibt es nix. Nischt, 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 nischt. Lokale Polizeistation. Ich glaube, wahnsinn im Jahr, oder? Ja, ja. Sonst geht es noch. Super TV. Aber die 100 Ends. Ich gehe nicht mehr in die 100 Ends. Die kotzt mich auch. Ich muss mal rülsen. Ich kann kein Safe knacken. Ach, es ist doch zum. Mäusermelke. Akustische Gitarre in einem verschlossenen Raum. Das könnte ich nur noch machen. Geh mal in die 105. Ich kann schon bitte das Auto ummachen. Danke. Danke. Da machen wir es jetzt aber auch. Ich mache es doch erst einmal in die Kamera nix. So. Space. Schlafen. Ja, bis 15 Uhr. Los. Schlupf. Schlaf! Ach. So. Raus. Danke. Da ist so. Da haben wir deine Hemde an der Schluft irgendwann. Okay, das ist gut. Okay, der schluft ab 23 Uhr. Und der ist so ganz da nicht daheim. Geil. Okay. Der Untergrund ist da ab. Oder ist der ganze da im Hinterhof. Gut. Dann 23 Uhr. Ist der schon weg? Ja, der geht jetzt gleich schlafen. So. Das Haus bin ich schon so oft in Gebruch. Okay, da pennt der drin. 3 EP, das bringt mir einfach nix. 30 EP, das bringt mir was. Akustische Gitarre in einem verschlossenen Raum. Da müssen wir noch gucken, wo das ist. Das ist das Bad. Wo ist hier noch ein verschlossener Raum? Ganz ehrlich. Oh. EEP, ups Hätte ich vielleicht doch Dulles es sollen Geht selber auch nur raus Werde die andere Seite schon geknackt Noch ein bisschen Zeit, da schluft noch ein bisschen Hier war sonst auch nix Das Schluftzimmer geh ich jetzt endlich nicht Gibt's da irgendwas? Neun Die kann man nicht aufmachen Da war nur der Wein drin Gibt mir mal der Top mit Besser als nix Licht wieder aus Gibt's hier noch was? Wieder von Oberin Oh, nein! Wack, leise! Voll Honk Nicht Nischt Okay Dann gehen wir wieder Oh, die Gitarre war es endlich davon wert Entschuldigung Keine Absicht Oh, da muss ich vielleicht doch so ein paar von den Telefonen aufdreicht machen Damit wir uns sowas kümmer Ich krieg mir hier nix zusammen So Ei, obi So Ja Ich bekauf jetzt einfach nur das Jo, soviel zu meinem Plan Egal Dann probieren wir halt nur mal so ein Telefonauftrag aus Was soll ich tun, ne? Wir müssen jetzt irgendwas kommen Ja, ich komm Ja, ich komm Okay Alter Drei Minute Zeit Ich glaub, die haben sie nicht mehr alle Ich glaub, die haben sie nicht mehr alle Ich glaub, die haben sie nicht mehr Ganz ehrlich Und er drei ist doch Na toll, ich wurde gesehen Hopp deaktiviert die Kamera, du scheiß Ding Hopp deaktiviert die Kamera, du scheiß Ding Ich glaub, die haben sie nicht mehr Ich hab keine Ahnung wo der Mieder ist 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 Jo, hopp Oh das war es schon Das war sauknapp. Wie komm ich hier raus jetzt, nirgends. Scheiße, ich komm nicht raus, doch doch. Oh, ich hab's immerhin geschafft, ne. Oh, ich sieht mich keiner. Oh, Mann ey. Zu viel gewollt auf M.O. Ah ja, bla bla. Hier, da kann ich mich verstecken. Und hier. Oh, nix. Ne, ich will, ich will erst schon mal Code ohne Ingeber. Ich will schon mal raus. Moment, da muss ich mit der Code merken wahrscheinlich. 2, 4, 2, 5, 2. Okay. Cool. Ich blatt auf das Telefon. Besser als nix. Jetzt. Das ist so viel Spaß, zumindest für mich. Und du bekommst es. Okay. Hier ist noch eine. Harder reach time. Clock is ticking. Okay, in die 100 Zimmer muss ich erst mal finden. Dann ist die 100, 900, 600 Zimmer is the over. Ja, 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 ja. Ah, das ist das Haus, ja. Es war übrigens nicht einfach in das Haus hinzubrechen, wollte ich nochmal erwähnt haben. Aber die geht jetzt gleich um den Hund laufen, das ist gut. Die gehen jetzt. Türe sind noch überall auf, das ist auch gut. Hund, hau ab. Warte, ich habe jetzt gerade gar Capwalk. Da ist es. Ah, die Spielekonsole war das. Und ein Stufenaufstieg. Sehr schön. So, genau. Gibt immerhin 20 Erfahrungspunkte. Das ist besser als nix, ne? Ah, gut, jetzt bin ich voll. Ich kann hier jetzt noch das Geld da mitnehmen. Ne, wir sind voll. Jetzt gehen wir da raus. Gut. Sehr schön. Ich fahre jetzt erst mal in mein Versteck und guck mal. Also, Spielekonsole, die kann ich doch bestimmt bei BlackBing-Dingsbums eBay Black verkaufe halt. Das schauen wir jetzt mal. Es gibt auf jeden Fall mehr Geld. Was kann ich hier eigentlich machen? Ich war hier ja noch gar nicht. Interaktion. Keine Gegenstände. Auto. Spider. So. Tschüss. Hier kann man irgendwo Auto entfernen oder was? Wo? Bring it on. Bei dir. Was ist das? Motorleistung, Reifentraktion, Bremsen. Farbe. Okay. Cool. Kann man Auto tunen. Wow. Mach's mir schwarz. 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 Ja, hab ich jetzt Schwarz-Auto. Ach, schön. Scheiße. Und da fährt das an. Ja, sprach ich lieber erst mal noch. So. Jetzt gucken wir mal, was bei BlackBay ist. Elektronik. Ja, das ist so. Wo stichst du? Ja. 1150 XP. Sehr schön. Hier ist nix. Ja, nicht. Und hier fällt immer auch überall noch Sache. Aber ich lage die jetzt einfach hier in. Ich glaub, das geht auch. Und dann krieg ich doch eher immer so Set zusammen, als wenn ich's nicht mach. Ups, was hab ich jetzt drin gemacht? Was brauch ich noch? Was brauch ich noch? Scanner. Schachbrett. So. Was brauch ich denn beim Schachbrett noch, zum Beispiel? Entschuldigung, das interessiert mich jetzt immer. Muss bestimmt bei sonstige. Kleine Warnung. Ne, das ist nett. Das ist hier dabei. Das sind die Brieftasche. Fällt mir jetzt noch die schwarze Linie Brieftasche. Hm. Wo ist das? X-Cube, VR-Set, Radios. Egal. Ah, ne. Schwarze Gitarre, akustische Gitarre. Oder sonstige. Doch, do. Schachbrett. Aber da brauch ich drei. Okay. Ah, ich wollte trotzdem nur... Ich komm nicht mehr. Äh... House... House Renarader. Okay. Stolen Rewards. Öffne fünf Paketschließfächer. Steal 300 Gegenstände. 500 Gegenstände. Da haben wir eigentlich noch nichts. Okay. Erreicht. Miezi, wo bist du dann? Was geht denn, dass du nur rummaunschst und nicht herkommst? Wo dann, Schatz? Da bist du. Jo. Finde ich gut, dass es 25 gibt. So, Fähigkeiten. Schlösserknacke brauchen wir auf drei. Aber vorher kommt noch Safeknacke, ne? Gute Hör, wir brauchen es. Da ich jetzt aber Safeknacke kann, brauche ich doch abstimmte Safeknacke hier. Zeig mal her. Jo, Schatzi. Stethoskop, du, ist es. Brauche ich das überhaupt? Ne, ne? Eigentlich nicht. Warte, Moment. Frage ist, ziehe ich mir die Schieboskopf? Ne. Jetzt falle ich damit noch mehr auf die Anhersteller. Oh, Mausepups. Elektronik. Was ist das? Lass nicht zu, dass dich jemand sieht, wie du kommst und gehst. Es gibt keine Häuser, aber gelegentlich kann es sein, dass ein Auto vorbeifährt. Ja. Safeknacken. Verwende die angezeigten Tasten, um den Tresorgriff zu drehen. Drehe in die richtige Richtung, bis du feststellst, dass das Klangspektrum ansteigt. Drehe dann vorsichtiger, da du dann bereits der richtigen Zahl schon schnell nahe bist, sobald du das klacken hörst. Hast du die Zahl? Was ist das? Was ist da wäre denn, ob das Kupfer ist der Schmerz auch? Was ist das? Warum wirst du das? Du hast das Lange کے Saat. Was ist das? Ich glaube es sei. Das habe ich jetzt verstanden, wie es geht. Danke. Hier habe ich nichts. Aber jetzt kann ich eigentlich... Ich habe doch noch einen Auftrag, wo ich safe knackeln muss. Das kann ich jetzt endlich machen. Los. Was ist das? In der Garage kannst du gestohlene Autos aufbewahren und ihre Teile zum Verkauf ausbauen. Außerdem schaltest du damit einen käuflichen Sportwagen beim Autoservice freien. Gute Investition, um genau zu sein. Cool. Aber dann ist mein ganzes Geld weg, also warte ich lieber noch ein bisschen. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo das war. Moment. Nee. 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 Habe ich eh nichts. Das war alles fertig. Hä? Ach, das war Verbeute, gell? Ach, Mist. Und die 101 zu brechen. Ich nehme hin. Meine Kamera muss heftig, das Schlafzimmer ist in der 103. Ist klar. War doch dumm, ich gerade mal schon nochmal hingebraucht war, ne? Okay. Da verpisst dich auch mal. Das ist zwar nicht langweg, aber wir sind schon so ein bisschen... Opa! 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 70 Uhr. Das ist spannend. Opa! Überfahr. Ey, leck mich am Ärmel. Jetzt ist er gerade weg. Können wir hoch. Quatsch, in der Richtung. Häh? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Ich komme doch hier nicht raus. Nicht schmaul, ist das Ding drauf. Ja, dann verpiss dich direkt, bitte. So. Jetzt aber. Schneid doch, Mo. Oh. Hopp. Ach, das ist so... Ey, war der Letzsche vorher auch schon knackt. Ich kenne. Gott sei Dank. EEP, EEP, es lohnt sich nicht, das mitzunehmen, ob ich sag da losse. Und so. Gut. Gut. Dann hauen wir das so noch kurz zum Klee. So. Gar nicht davon interessiert. Gut. So. Ab dahin. Und noch. Ja, die Ahnung. So, desto verkörperter das ist und ist. Gut. Gesucht bei... Ja, das wäre. Jetzt fahren wir noch mal ans Versteck und gucken, ob wir da was verkaufen können. Ob wir jetzt das Set voll haben. Ich brauche einfach die Erfahrungspunkte. Ob ich will oder nicht. Ich glaube noch A-Level fehlt uns und dann dürfte wir Stufe 3 erreicht dann. Und dann haben wir uns ja den Elektris und Dietrichs. Black Bay. Okay. Küche. Ich habe hier Greek wine. Da fällt mir auch viel. Da fällt mir der Toaster. Ah nein, ich habe vorhin den Toaster verkauft. Idiot. Grafik Tablet. Grafik Tablet. congratulin. Oh, nix. Ich ab Friday. Ach nix. Dann holen wir das jetzt mal da rein. bzw. sprach Kennen. Okay. Okay, wir hat. Müssen wir noch mal ins ein oder andere Haus inbrechen? Also auf jeden Fall brauchen wir Tochter. Was ist denn eigentlich doofe Grab? Das gucken wir jetzt halt nur noch schnell. Vielleicht ist es ja was Gescheites. Natürlich finde ich die Stellen nur wieder nett. Meine Festplatte. Besser als nichts. Ohne war doch jetzt auch noch mal was. Ja, ja. Na ja, Lade habe ich auch schon öfter mal leer gerahmt. So. Da bin ich ein Mixer, okay. Oh, und du strohlst oder was? Ja, ich komme schon. Entschuldige. Ich war beschrocken. Wie Schweine. So, dann stellen wir uns halt durch. Oh, das ist doch nervig, ey. Nur weil ich auf den Strohs geparkt habe. Ob ich aber echt da drauf denke. So, dann gehen wir noch eine Runde. So, alte Schweine, ey. Voll umgefahr. Oh, ein paar Strohs haben wir nicht mal voll über der Haufe. Was sind wir denn hier? Das ist ein Projekt. Ja, ist egal. Besser als nix. Das hauen wir jetzt schnell ins Auto. Braucht die Hände frei. Die Frage ist, wo fahren wir jetzt nur schnell noch? Baustelle Beute. Zeigst du mir nix anderes? Oh, ich hab kein Bock auf die 100 Ns. Ehrlich nicht. Da waren wir noch gerade drin, ne? Empfohlenes Niveau. Der pennt ja immer. Was für ein Niveau habe ich denn jetzt eigentlich? Acht. Forsters. 112 oder 111. Gehen wir die 111. Die spionieren wir jetzt mal schnell aus und dann... Achso. Wahrscheinlich ist es aber in der Neuen... ...dass ich diesen scheiß Dietrich-Bauch, den ich nicht hab. Einmal probiert's. Das kann nicht mehr wie schief gehen. Mein Gesicht kennen sie eh schon. Oh, egal. Also, von dem ist es. Tschüss. Wir sind nur noch Finna. So hin am Ecke. Da darf die überfahren. Aber weh, ich fahr über einen Trival. Das ist gleich wieder... Mhh. Ich war doch in der 109 schon. Dann gehen wir mal in die 110. War ich da auch schon drin? Nö, oder? Ich hab nicht. Egal. Wir gehen jetzt. Oder doch. Ich war doch schon noch in der 109. Ich war doch nicht noch. Du kannst nicht drin. Also, ich kann schon drin, aber... Das bringt mir nix, weil ich nicht löde kann. Was ist da auf die 108? War ich da auch schon drin? Und scheinend. Ja, da war ich auch schon drin. 110 AdWords. Gehen wir jetzt gleich rein. Ich will dich behaupten. Geh mal auf der Zeiger. Ich mach die 111. Komm. Schlimmste Fall müssen wir laden. Was soll jetzt? 111 Parkplatz. Oh, das ist halt lustig. Neckro-Kamera ist drin. Hier ist übrigens... Okay, Plakat vom UNEP. Die folgt aber ziemlich lang. Ich probier das jetzt, Ammo. Und wenn's nicht hier haut, dann probieren wir jetzt eine nächste Folge. Okay, wo sind die alle beide weg? Ich muss aber... Machen wir gleich. 111 Anwohner sind weg. Zwischen 16 und 17 Uhr. Beide. Okay. Also schlafen wir jetzt erst mal bis 15. Ah! Hopp. Bis 15 Uhr. So, jetzt gucken wir mal, wo wir da rinkommen. Hm, hm, hm. Okay, losse ich in der Tür. Oh, das ist ja unser Ink... Ah, nee, doch. So, geh mal ran. Oh, das ist aber schon die 112. Was ich das jetzt mache, ich gleich eine Crouch. Ja. Jetzt bin ich am richtigen Haus und die Hand, oh, das ist gut. Glaub ich. Mal halt kurz warten, bis sie auf die Arbeit gehen Dann kann der mir klar, wie es bestimmt, da oben insteier. Hopp ich immer. Tschöööööö! Gut, und jetzt können wir hier mal ein bisschen besuchen, aber nicht im Crouch. So, nehmt denn jetzt das Handy doch nicht? Okay. Dann kriegt man die Dinger doch nicht mehr durchs Fenster, das ist doch scheiße. Ja. Da hab ich jetzt aber keine Zeit vor. Schnell noch das Safe knacken und ich glaub für mich haben wir gar keine Zeit mehr. Hopp. Shit, Rucksack ist voll, naja gut. Gut. Lalalalala. Dieses Haus wäre leer geräumt. Ich bin des Stufe aufgestehen, was super ist. So, Fähigkeiten. Kann ich jetzt, kann ich das lernen? Yes. Oh, und dann verlassen wir mal, oder? Ne, ich fahr erst zum Foundlyer, komm. Vielleicht sind da Sachen dabei. Vielleicht sind da Sachen dabei, die ich nicht bei Black Bay verkaufen kann. Hi. 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 Ähm. Das doch. Und das. PC-Mouse. Lautsprecher. Ist egal. Schwarze E-Gitarre. Echt net? Schon was? Ich behalte die jetzt trotzdem. Ja, schon mal noch. Ich behalte die jetzt trotzdem. So, jetzt ab ins Versteck. Ne, es langt wieder für nix. Nischt, nischt und wieder nischt. Ach doch, warte mal, wer hat's sagen? Hier du, ne? Ja. Sehr gut. So, und wenn die Brieftasche weg. Kann ich jetzt? Hallo? Siehe, hier. Automatische IT-Richter ist er. Kaufen. Merci, das wollte ich schon. Ich, ich. Goldarmband. Schwarz E-Gitarre. Die mach ich jetzt einfach mal rein. Und für das Goldarmband brauche ich doch bestimmt dieses Schmuckgedöns. Oh, und wo ist es dann? Kann ich mir das leichten? Kann ich mir das leichten? Schmuckwerkzeug. Kaufen. Wo kann ich das jetzt? Wo kann ich das jetzt auseinander nehmen? Oh, das ist mein Bart. Hier. Schmuckdisch. Goldarmband. So. Müssen wir ja rauslösen. Das weiß ich noch vom anderen. Ey. Tja. Kann ich den nemen irgendwie so? Wow. Gut. Zerstöre die Waschmaschine, zerstöre das Fenster Ich nehme sie jetzt einfach auf Mache dummes jetzt aber noch nicht Gut, dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen und eure Geduld Und dann bis zum nächsten Mal Ciao